Wenn Sie diesen Film gesehen haben, werden Sie nie wieder aus einer Plastikflasche trinken. Plastik ist schön. Plastik ist praktisch. Plastik ist praktisch überall. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir so viel Plastik im Haus haben. Die Verfallszeit von Plastik beträgt 500 Jahre. Was passiert, wenn man das im Mund steckt? Sie werden eine Vergiftung haben. Und Sie werden sich anspalten. Jährlich werden 240 Millionen Tonnen Plastik produziert. Schmerzt gut? Schwermetalle, vor allem Quecksilber war zu finden. Das heißt, der Planet ist ziemlich giftig. Es gibt heute schon sechsmal mehr Plastik als Plankton im Meer. Fische halten das Plastik für Plankton und fressen es, bis sie satt sind. Sie verenden mit vollem Magen. Auch in unserem Blut schwimmt Plastik. In der flüssigen Partik des Blut haben Sie measurable levels von Bisphenol A. Die Menge, die Sie in Ihrem Körper haben, in einem Tier, ist genug, um die Menge von Sperm, die in den Testen in den Testen, von ca. 40 Prozent zu reduzieren. Wir essen es, wir trinken es, wir passen es durch unsere Haut. Kunststoff erzeugt Krebs. Sie bekommen große Brüste. Ein Film von Werner Bothe. Und das ist all die Plastik-Shit, die ich in meinem Haus gefunden habe. Plastik Planet. Ab 18. September im Kino. Ja, es ist wirklich schön. Zum nächsten Mal. Wenn ja dann auch mal klatschen. Tja, tja, geht es garanti. Und da muss Constanz. Ja. Es geht es gut.